Stört mich nicht. Ganz im Gegenteil, sollen wir nur rechts sein. Eine Map, wo auch ich mit einem Snapper was dreht, schadet nicht. Eine Runde gibt eine Dreiviertelstunde, das ist auch eine schöne Länge. Also maximal eine Dreiviertelstunde. Wir müssen die Ziele des Feindes einnehmen, wenn wir eine Chance haben wollen. Für dich, Munition. Ach, kack. Ja, C ist gerade hell, so umkämpft. Ja, ja, ich sterbe nicht. Oh. Oh. Ah, kackertut. Oh. Oh, kackertut. Oh, kackertut. Oh, kackertut. Jipp. Wohin gehen wir denn? Wohin gehen wir denn? Wir haben uns hier Data unter Kontrolle gebracht. Das Ziel ist in unserer Hand. Was hältst du von A? Mhm. Mal probieren. Ja, ich hab nur Angst, um C vorbeizukommen. A. Off, out. ich sehe sind uns einige gefolgt job Die Friedenrichtung hat jetzt uns. Die Friedenrichtung ist in Richtung C. C ist die Mitte, ja. Ich hab C im Auge, das sind zwei Panzer. Also, achso ja, du bist halt weg und bist kein Versorger mehr. Nein, grad nicht. A wird eingenommen. Ich seh noch nicht wo. Okay, komm ich zurück. Siehst du? Nein. Ich auch nicht, aber von dem Fahrzeug. Oh, da sind urviele. Ja. Ich warte mal, bis sie langsam wegrennen. Okay. Oh, da war er. Post. Die rennt nicht sicher zu C. Hinter uns. Ja. Gut. Da sind wir auch direkt nebenan gestanden. Ich nehm wieder den Versorger. Ist okay. Auch nur, wenn du willst. Ja, du der Sniper bringt nichts. Ja, du der Sniper bringt nichts. Der, was rausgerannt ist, ist wieder reingekommen. Echt? Ja. Es ist er tot. Ja, der, der was gebrannt hat, meinst du, oder? Nein. Der, den ich geschossen hab. Okay. Ziel Nora gehört jetzt um. Für dich Munition. Wir haben viel weiter verloren. Die sind doch nicht so weg. Ich bin auf dem Weg zu dir. Du bist nur dran und dran. Du bist nur dran und dran. Das ist was Du bist. Geht's wieder zu A? Ja. Nein. Da kommt ein Panzer. Ja, ich hab schon vier gedrückt. Danke. Ja, jetzt haben wir uns vorbeigefahren. Sehr gut. Hier, ich hab Munition. Danke. Nix zu danken. Oh. Oh. Gut, das wollte es einfach nicht vertrottelt. Das wollte es einfach nur vertrottelt. Gut. Guck. Oh, okay. Munition dafür. Von Raketenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich dir Munition geben kann dafür. Nein. Ich hab grad Munition gekriegt, aber nicht von Raketenwerfer. Oh. Die hab ich wegen meiner Bauch nicht gesehen. Das das Gehnen jetzt auch gehört? Mhm. Sie grenzt. Ich renne mal Richtung... ...dorthin, wo Gegner sind. ...und ich tot bin. Wart. Okay, ich hab's noch versucht. Ja, ich war zu langsam. Entschuldige. Ich hab fragte, wenn's nicht in die Gegner rein. Wollt' ich eigentlich auch. Ich, ich, ich warte, bis du eingestiegen bist. Ja, ich warte, bis du eingestiegen bist. Ja, ich warte, bis du eingestiegen bist. Weißt du, dann sag das. Dann steig ich einfach vor dir an. Ja, mir ist das doch wurscht. Ich bin der vorsichtige Zarte. Ich bin tot. Du bist tot und ich bin unfähig. Absolut unfähig. Du kriegst 200 Punkte von mir. Ich versag deine Wunden. Dafür kommst du in den Himmel. Danke. Von allen Einheiten, der Hafen ziel Ewil verloren. Von... Find's rennen auch welche, aber die rennen auch nicht vorbei. Fahrzeug. Äh. 13 Leben hab ich noch. Loll. Ich hab ein extra für dich 87 runter geschossen. Da waren 3 und dann... oder 2 und dann bin ich überfordert. Wir haben Ziedora verloren. Ja. Wenn ihr in keine Pause gehen, wir gewinnen das hier. Ah. Ja. Ja. Ah! Wollt ihr. Wir halten jetzt Ziel, Emil. So, war nur beim Munitionspaket. Oh, hinter mir. Ich bin Munitionspaket. Warte, warte, warte. Oh, das ist der. Ich schau rechts von dir, direkt hinter uns. Ja. Okay, seitlich von uns. Ja. Drei Stück oder so. Ja, und auf der anderen Seite, wo ich ihn gezielt habe, war auch einer. Achso, ja. B? Mhm. Hinter uns. Ich bin tot. Ein-Snapper. Hm. Da oben ist doch tot. Ich bin tot. Und fest hier noch. Zielpäter ist verloren. Wollen wir uns? E. Au. Sech von uns. Danke. Bitte, bitte. Wir haben das Ziel verloren. 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 Wir haben das Ziel verloren verloren. Ich bin für dich da. Danke. Bitte, bitte. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Woah. Wow. Alarm. Wir verlieren Ziel Emil. Wir haben Ziel Emil verloren, Soldaten. Bitte drüber. Zu A wieder. Oder wir helfen mal bei C. Okay. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Und wo? E. Links. Wenn man Richtung A rennt, links aber irgendein Panzer ähnliches. Irgendwas. Da würde ich nicht hinreißen. Okay, ich kann dich jetzt nicht wiederbeleben. Das soll ich doch nicht. Ah, kacke. Gut. Wie wir immer Führungen aus der Hand geben. Hm. Aber das liegt fix nicht an uns. Links kommt ein Panzer. Okay, bin grad blind. Wo ist er denn? Da hat's geschaut. War, war unsere. Oder ist jetzt mittlerweile unsere. Das hab ich mir eingebildet. Nicht diesen blauen Kreis zu sehen. Wir haben ein Ziel eben, Herr Alvar. Okay, ich gehört wieder uns. Ich renne gleich zu Zieg. Wenn ich da auf der Karte keine Gegner sehen würde. Was hast du angestellt? Der ist auch schon tot. Okay. Bei mir ist grad was explodiert. Und ich bin in der Fritz herumgeflogen. Ja. Ich hab's noch gesehen. Hier. Munition für dich. Und jetzt mal raus New York. Und ich bin da auf der Karte. Und ich bin da abklappert. Und ich bin da auf dem, ich bin da weg. Und ich bin da weg. Und ich hab's nicht zu intercept. Ich hab gemerkt, dass das ein Panzer ist. Aber direkt drauf geht's nicht noch. Ich hatte gerade einen Bug. Das gibt's doch nicht. Danke. Kein Problem. Danke. Ja, jetzt machen wir was das mit Wingern. Jaja, bin schon dabei. Kein Stress. Ich muss sagen, dass die Lärm doch überraschen. Also, das spielt generell. Ja. Das läuft wirklich richtig flüssig eigentlich. Mhm. Was soll ich sagen? Das war der Peter auch schon. Ja, na die sind ja schon auch gut, was das alles angeht für gewöhnlich. WTF. WTF. Gott, das war klar. Oh, kacke. Ich wollte noch irgendwie zum Munition hin, damit ich den Panzer noch zu stellen kann. Ja. Das verlieren wir wieder. Ach. Schauen wir mal wie weit wir gekommen sind. Schauen wir mal wie weit wir gekommen sind. Ja. 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 Ja.